Huiiii, nix passiert, viel Spaß. So, keine Lust mehr. Hallo liebe Leute, in einem meiner letzten Videos ging es um ein Sprichwort, welches als Wortspiel diente. Hier noch einmal die Einblendung. Ich hoffe, dieser August wird besser als der letzte. Der letzte war nämlich so 0815. In diesem Video ging es also um das Sprichwort, das ist 0815. Doch was bedeutet es nun? Mit dem Ausdruck 0815 beschreibt man etwas als durchschnittlich, als nix Besonderes und als nix Außergewöhnliches. Diese Redewendung ist eher im deutschsprachigen Raum gebräuchlich. Doch wo hat diese Redewendung nun seine Herkunft? Die Redewendung bezieht sich auf das Maschinengewehr 0815. Im ersten Weltkrieg mussten die deutschen Soldaten täglich mit diesem Maschinengewehr ein langwieriges und eintöniges Training absolvieren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Bezeichnung 0815 bei den Soldaten als Sinnbild für langweilige Routinen herhalten musste. Habt ihr diese Redewendung schon einmal verwendet? Wenn ja, in welchem Zusammenhang? Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe gefallen. Außerdem verlinke ich euch mein letztes Sprichwortvideo, wo der Nördi am Pranger gestellt wird. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!